Das erste Mal ein McDonalds-Essen für meine Mama. Let's go! Veganer Burger. Das ist Pofu. Das schmeckt wie echtes Fleisch. 10 von 10. Ein Wrap. Das ist Juske. 11 von 10. Käse Nuggets. Cheese. 3 von 10. Salat. Das ist ja einfach nur Gras. Knackig, knutrig. 5 von 10. Zu gesund. Apfel-Tasche und Cookie-Tasche. Habe ich auch noch nie probiert. Wow! Ich mache Apfel. 5 von 10. Max. Larry. Die Eismaschine war heute nicht kaputt. Oh. Charme Cup. Lieben wir.